Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein paar Pflegeprodukte. Ich werde sehr oft angefragt, was ich denn auf Reisen so dabei habe und ich habe jetzt euch meine drei Superpower Pflegeprodukte zusammengestellt. Das erste ist der Enzym Cleanser. Das ist ein Pulver, super gut für die Reise, sehr leicht und vor allem läuft es nicht aus. Morgens und abends ein bisschen Pulver auf die Hand mit Wasser aufschäumen und ihr habt eine intensive Reinigung, vor allem auch bei Sonnencreme und als Fettlöser und bei unreiner Haut. Tagsüber nehme ich immer die Sonnencreme Nummer 50. Diese hier ist sehr praktisch, weil sie noch Flecken und Hautunebenheiten aufhält. Also ihr habt eigentlich zwei in eins, nämlich Sonnenschutz und Aufhellung von dunklen Flecken. Und dann abends die Rederm Cream. Sie ist stark regenerierend, repariert eure Haut und pflegt sie sehr intensiv. Also alles im ganz einfach. Drei Produkte, Reinigung, Tag, Nacht. Und meine Produkte findet ihr in meinem Online-Shop und ich habe euch noch einen Dreier-Bundle zusammengestellt, falls euch alle drei zusammen interessieren. Dann wünsche ich euch jetzt schöne Ferien und lasst es euch gut gehen. Schönen.